so hallo wir machen weiter bei Super Mario Maker 2 ich muss sagen das letzte mal fand ich dann doch die das Mikrofon etwas stark übersteuert ich weiß ich übersteuere das jetzt schon wieder so komisch ich hoffe nicht aber es ist auch nur ein Part ab dem nächsten Part habe ich hoffentlich meinen Knubbel wieder wir haben das letzte mal durch vielversprechend geschaut und ich werde jetzt erstmal hier drüben und mit drüben meine ich da oben einmal aktualisieren ob sich da was getan hat einmal hier aktualisieren ob sich hier was getan hat und ja tatsächlich hat die Alina schon wieder was gebaut eine Maschine einfach so save your enemies from captivity use doors to reset if needed dann gucken wir uns das doch mal an Rekord ist bei knapp drei Minuten das muss jetzt nichts heißen weil es bisher nur elf Leute gespielt haben aber vielleicht haben wir ja schon unser Video Level gefunden so achso Moment wir sind ja hier in SMB das heißt ich musste jetzt ja irgendwie ich kriege den da achso ja von der anderen Seite war schon irritiert ich war schon komplett irritiert so jetzt kann ich da rein okay wir wollen also den befreien nehme ich an und der gibt mir deinen Schlüssel ah lauf lauf nicht in die Gegend ich weiß nicht ob er den abprallen kann ich glaube das war jetzt nicht so gut da habe ich Mist gebaut hätte ich mir aber denken können dass der das überlebt und hier unten sieht man sogar dass das der richtige ist aber ich kann nicht resetten das bleibt jetzt so oh oh was ist denn da ein Bonus wir haben einen Bonus gefunden gut aber ich muss ich muss ich muss raus hilft leider nix das kann ich nicht resetten gut so nochmal nein das ist die falsche Richtung geht da rück oh oh gut nehmen wir den irgendeiner wird schon mal treffen so weg mit euch so dann will ich vielleicht die anderen gar nicht auslösen sondern nur den und dann den auch nur einmal runterfallen lassen ja hätte ich mir halt denken können war halt wieder doof so und jetzt löst er hier den Schlüssel aus alles klar und jetzt müsste man glaube ich sogar resetten können ich bin mir nicht sicher äh oh Mist ja wobei das geht noch ne ja alles noch in Ordnung also jetzt bekomme ich hier wieder nen P-Switch nein ich bekomme nen hä Ach so. Ach so. Ich wollte gerade sagen, ich kann auch da selber hoch. Ich kann da nicht selber hoch. Aus offensichtlichen Gründen. Gehst du noch da? Brav. So. Ah, und hier werde ich jetzt automatisch wieder geschrumpft indirekt. Da muss eine Bombe rauskommen. Bin ich denn doof? Mein Gott. So. Da ist die Bombe. Und dann kriege ich hier wieder einen P-Switch. Der wiederum den dann freilässt. Und jetzt bekommt er den hier am Greifer. Und wenn der hier rüber geht, lasse ich ihn raus. So. Nein! Du bleibst draußen. Ui! Sehr gut. Checkpoint. Die vier haben wir schon gerettet. Bleiben noch vier weitere. Ich weiß gerade nichts sicher. Nein, es ist nicht relevant, wann ich den loslasse. Und was will der Koopa da? Nichts. So. Äh. Erstmal muss ich da hoch. Da ist jetzt gar nichts drin, was ich befreien könnte. Oh, aber der Kollege wird hier selber gleich. Okay, Moment. Ich muss das drücken. Oh, weg ist er. Äh... Gut, aber ich kann das immer noch selber machen. Äh? Ach, die sind gar nicht... Die werden gar nicht zu Dings. Hä? Aber dann kann der da ja gar nicht... Äh, ne? Wir resetten mal. Jetzt ist da was drin! Jetzt habe ich ein Problem. Ah... Der wird jetzt nicht drüber laufen. Kann ich irgendwie... Mist. Ah, das habe ich verhauen. Das ist das Doofe beim Mario Maker. Kann der das seitlich aus... Ah, da läuft das gar nicht drüber. Aber... Ja, die kann ich nicht nochmal auslösen. Okay. Aber warum der beim ersten Mal nicht aufgetaucht ist, weiß ich nicht. Was? Haben wir denn irgendwie... Ist damit irgendwas passiert? Gut. Also das kann ich einfach drücken. Das ist egal. Vielleicht, weil der P-Switch noch läuft. Ich habe nicht drauf geachtet und dann ist der da rausgelaufen. So wie jetzt. Was? Ja. Weil der P-Switch noch läuft. Das kann ich aber dann nutzen. Das müsste ich aber nutzen können, oder? Achso, nein! 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 Ich bin dumm! Nein! Ich habe schon wieder... Ich habe schon wieder Quatsch gemacht. Ich kann es nicht nutzen. Ich muss... Ich sollte warten, dass der drin bleibt. Und dann... Äh... So. Und jetzt kann ich erstmal hier den Weg aufmachen. Das ist ein bisschen gefährlicher mit dem blauen auch noch, aber das kriegen wir hin. So. Was ich jetzt aber nicht machen darf, ist hier irgendwas offscreenen. Sondern ich muss die jetzt lassen. So, so ist perfekt. Jetzt geht alles gut. Jetzt geht alles gut. Wenn ich jetzt nämlich rübergehe, sind die Paus weg. Das ist auch wieder doof. So. Haben wir das. Jetzt hilft er hier wieder. Mir... Was kriege ich denn jetzt hier? Ein Springboard. Genau. Ein Mole. Das ist einfach so. Das macht er dann. Ich muss jetzt automatisch auslösen. Muss ich einfach schneller... Wait. Darf er... Er muss langsamer sein. Kann das sein? Na ja. So. Komm hier rüber. Ah. Nicht so schnell. So. Jetzt ein bisschen flotter. So. Und hier rüber. Und hier rüber. Ja. Sehr schön. Gut. Ab durch die Röhre mit dir. Da ist er. Vorsichtig hier hin. Vorsichtig hier hin. Und vorsichtig hier hin. Vorsichtig hier hin. Ah ja. So. Jetzt haben wir den schon befreit. Ah. Ich krieg direkt auch den Schlüssel. Ich muss jetzt nur... den dann auftreffen. Oh. Oder so. Oh. Hohohohohoho. Ähm. Ach so. Ja gut. Dann haben wir den halt doch nicht befreit. Dann haben wir den wohl leider getötet. Das ist jetzt ja doof. Ja. Da fehlt einer. Der ist jetzt böse. Der wird jetzt... Ah. Guck mal. Unsere tollen Freunde. Ähm. Ruf. Ich bräuchte da nochmal eine. Ich... Ich treff ihn nicht. Ah. So kann ich den killen. So. Äh. Bin ich doof? Ah. Jetzt. Bumm. Also erst retten wir sie und... und dann... dann killen sie uns einfach. Ah. Guck mal. Da ist er. Der... der gestorbene. Zack. wahrscheinlich sind sie deswegen sauer weil wir den getötet haben aber da kann man leider nichts machen es war unvermeidbar so sehr schön sehr schön gut ja ich habe ein bisschen länger gebraucht ich wollte kommentare lesen nicht selber kommentieren ach so ja gut hätte man an der null erkennen können hätte man erkennen können gut dann haben wir das viertelstunde der beginn von superhelden ups vor gott die clear condition ober sie kann man doch nicht vergessen und das dann in die beschreibung rein schreiben das ist doch ich hatte die klappe ich glaube die hat er nicht vergessen okay so ah ja okay ah den scheine ich zu ne hä ich wollte gerade sagen den muss ich kann ich nicht besiegen müssen weil da ist ja nichts gut er kann mir immer noch einen schlüssel geben was hat das denn für ein sound okay er bringt mir nix fliegen bringt mir auch nix oh mist oh nein okay ich muss eh nur hier runter ich hatte schon bedenken ich hatte schon bedenken aha oh da ist nichts ja schade ne jo was ist das denn hier ah ich komm nicht oh nein ich komm oh mein gott ich konnte nicht so fliegen wie ich es gewohnt bin in smw ich wollte rückwärts jetzt fliegen ha ich konnte nicht rückwärts fliegen wie ich es in smw gewohnt bin ach den kill ich dann direkt oder was das ist ja doof ja ist ja in ordnung so lassen sie mich mal da durch ähm ich bräuchte jetzt aber noch mal ne feder ne aua das ist jetzt problematisch ei ist das schlecht gebaut man ah perfekt so nach wieso sammle ich die denn das war jetzt blöd weil wenn ich die jetzt wieder hier verlieren soll oh mein gott ich wollte gerade sagen wenn ich die jetzt wieder hier verlieren sollte nein ja was mach ich denn jetzt ich brauche doch ich brauche doch ne feder für den ganzen quatsch der hier kommt ich kriege ja keine feder mehr das hast du dir super gut durchdacht mein freund ja das ist jetzt okay weil ist egal so aber jetzt darf ich mich nicht mehr treffen lassen Brudi wie mach ich denn das jetzt hier weg 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 oh gott das war knapp oh gott das war knapp so so und nachdem wir jetzt wissen die bombe hat oh ich raste aus nee dann spiele ich das jetzt nicht mehr ne freund ne tut mir leid tut mir leid traktier wird museum bye bye bei mal gucken ob der rené so mega ist Ah ja. Ja, schön, dass wir drüber geredet haben. Lull. Die fallen auch nicht runter, ne? Doch, die fallen runter. Tschüss. Oh mein Gott. Ja, das war das. Nee, René. Wirklich nicht. Wirklich nicht, René. Wirklich nicht. Ei. Okay. Nike. Ich verlasse mich auf dich. Das Haus der Gefahr. Das kleine Haus der großen Gefahr. Hau rein, Nike. Hau rein. Zeig uns, was du kannst. Ah, ich muss die killen. Ah. Habe ich nicht so weit gedacht. So, jetzt sind wir aber wieder da. Das heißt, ich kriege wieder den Schlüssel. Ah, nee. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ah. Was wollen mir die Pfeile sagen? Dass da ein Block ist, oder was? Ah, okay. Gut, ich kann aber eh nur klein hoch. Ah, ja. Wie weit geht das unter? Zu weit. Also, auf dem untersten kann ich nicht stehen bleiben. Die anderen kann ich berühren. So. Ehre. Aua. Okay. Ach so. Hier ist schon Schluss. Ja, gut. Gut. Es war, es war okay. Nee, nicht so schlimm wie das davor. Pipe Mystery Labyrinth lieber nicht. Ronda Uno. Ach komm, wir spielen Runde 1. Wir spielen Runde 1. Wir spielen Runde 1. Von Matizampi. Aufsichtlich ein Kanadier. Wenn ich die Flagge gerade richtig gelesen habe. Der mich erstmal hier mit lauter Zeug vollschmeißt. Und wie brauche ich den jetzt? Man weiß es nicht. Äh. Ciao. Was? Was? Ich habe die Blumen da hinten schon gesehen. Aber ich würde gerne dann zumindest einen Koopa mitnehmen. Oh. 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 Haben wir hier eine Dev-Door gefunden? Das schon ist ein Ernst, ne? Ach, die werfen Blumen nach mir. Das habe ich gar nicht gecheckt. Ich dachte, die werfen... Ach so, die werfen Blumen nach mir. So lange bin ich nicht geblieben, um zu gucken, was die werfen. Oh, ich habe nicht alle Schlüssel, ne? Ah. Den habe ich jetzt nicht besiegt. Oh. Den von denen habe ich denn jetzt nicht besiegt. Den da. So. Mach dich weg. Oh. Jetzt ist der dein... Jetzt ist der dein Weg. So. Oh. Es tut so weh. Können wir das abkürzen? Ja, danke schön. Was? 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 Ich kann nichts mehr machen. Oh, kommt da jemand zur Rettung, der mich klein macht. Komm, komm her. Komm her. Rette mich. Rette mich. Nein. Rette mich. Los, Goomba. Du schaffst es. Treff mich. Nein, das ist die falsche Richtung. Treff mich. Nein. Nein, nicht so. Nein. Ja. Wofür ist der on-off jetzt da? Was ist eigentlich da unten? Lass mich raten. Ich möchte irgendwas... Entschuldigung, selbst ein kleines Kind kann doch nicht so dumm bauen. Das macht mich ja gerade komplett aggressiv. Nein, ich wollte den Rekord. Aber sehr... Das ist doch komplett bescheuert. Das ist doch komplett... Ich will den besseren Rekord. Das ist doch komplett bescheuert. Wie kann man denn so blöd bauen? Ach, komm schon. Kann doch nicht sein. Es muss doch möglich sein, dass man hier besser hochkommt. Es geht nicht, es geht nicht. Ich muss die Bombe in der Luft erwischen und dann mit ihr hoch. Das geht. Aber das muss man doch sehen, dass man damit direkt zum Ziel kommt. Ich bin zu blöd dafür. Ich bin zu blöd dafür. Ich will das jetzt. Ich will das jetzt. Ich mach das jetzt. Ist mir egal. Und wenn wir bis eine Stunde hier sitzen und ich den Partner nicht hochladen kann, weil er dann zu groß wird. Mit meinem tollen Internet. Dankeschön. Okay, wir lassen es. Ich hab die Schnauze voll. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Mann.